Grüezi, Servus und Hallo, danke fürs Einschalten und schön, dass ihr mit dabei seid. Die 5-Minute Wax Talks sind eine Videoreihe, in der ich versuche, euch ein ganz bestimmtes Wachs so kurz, knapp und knackig wie möglich vorzustellen, damit ihr euch besser entscheiden könnt, ob ihr diesem Wachs eine Chance geben wollt oder nicht. Und in diesem Video werde ich euch aus dem umfangreichen Sortiment von Dodo Juice das Hard Candy vorstellen. Weil es hier, wie ihr schon seht, ganz viele verschiedene Wachse von Dodo Juice gibt, ist es in dem ersten Schritt ganz wichtig, dass wir uns mal das Gesamtsortiment kurz anschauen. Bevor wir starten, grundsätzlich könnt ihr jedes von diesen Wachsen auf jedem Lack anwenden. Aber Dodo Juice hat das hier ein bisschen aufgedröselt und für euch optimiert. Wir haben hier einmal die drei Hybrid-Wachses, Shinecraft, Scarlet Fever und Black Widow. Und dann haben wir hier die acht natürlichen Wachse. Und diese wurden jetzt eben auf die Anwendung auf verschiedenen Lackfarben hin optimiert. Light Fantastic und Diamond White sind für die Anwendung auf hellen Lackfarben optimiert, das heißt Silber, Weiß oder Grau beispielsweise. Rainforest Rub, Hard Candy und auch das Shinecraft sind die universellen Wachse. Die könnt ihr und solltet ihr auf allen Lackfarben anwenden können. Shinecraft wäre auch eine gute Wahl für helle Lacke. Scarlet Fever, Orange Crush und Banana Amor sind diejenigen für warme Lackfarben. Rot, Gelb, Orange oder Bronze. Black Widow, Purple Haze und Blue Velvet sind wiederum die Wachse für dunkle Lackfarben. Schwarz, Dunkelblau, Dunkelgrün oder Dunkelviolett. Und dann haben wir noch eine Unterscheidung bei den natürlichen Wachsen zwischen harten und weichen Wachsen. Und wenn man sie sich kurz ansieht, dann merkt man schon, das hier ist zum Beispiel ein hartes Wachs. Da kann man nicht wirklich reindrücken, während man hier bei den weicheren Wachsen, ihr seht schon, die sind körniger von der Konsistenz und eben auch weicher. Hier kann man wirklich reindrücken. Blue Velvet, Banana Armor, Hard Candy und Diamond White sind die harten Wachse. Purple Haze, Orange Crush, Rainforest Drop und Light Fantastic sind die weichen Wachse. Die Unterschiede in der Anwendung, ob ihr jetzt ein weiches oder ein hartes Wachs verwendet, sind absolut minimal. Sie sind aus meiner Sicht vernachlässigbar. Und deswegen würde ich mich hier auf Basis von anderen Kriterien für eins von diesen Wachsen entscheiden. Und jetzt zurück zum Hard Candy. Das Hard Candy gibt es wie alle modernen Wachsen von Dodo Juice in einer 150ml fassenden Variante mit einem wunderschönen milchigen Pot. Oder es gibt ihn in einer kleineren 30ml fassenden Variante in so einem kleinen Plastikpot hier. Sowohl die große als auch die kleine Variante des Hard Candy kommt übrigens in dieser praktischen Cantor Box daher, in der ihr die Anwendungshinweise in verschiedenen Landessprachen hier drin vorfindet. Vom Preisniveau her sind diese Wachse von Dodo Juice nicht die günstigsten. Sie ordnen sich aber im unteren bis mittleren Preissegment ein. Eines vorweg, wenn ihr von einem Wachs vor allem eine sehr, sehr hohe Standzeit erwartet, dann würde ich euch ganz klar und entschieden von diesem Wachs hier abraten. Wenn ihr aber bereit seid, auf ein bisschen Standzeit zu verzichten, dann kriegt ihr mit diesem Wachs hier vor allem eines, was unfassbar einfach und fehlerverzeihend im Auftrag ist. Also ob ihr die jetzt 10, 15, 20, 30 oder 60 Minuten oder noch länger auf dem Lack lasst, macht bei der Abnahme nicht ganz so einen großen Unterschied. Die Hydrophobie, das heißt das Abperl- und Ablaufverhalten, sind initial übrigens sehr, sehr, sehr gut. Das würde man bei diesem Wachsen gar nicht erwarten. Eine Farbauffrischung, andere würden auch sagen eine Glanzsteigerung, lässt sich bei diesem Wachsen von Dodo Juice definitiv feststellen, insbesondere, wenn ihr sie auf einen nicht ganz so perfekt vorbereiteten, auf einen nicht polierten Lackauftrag. Und damit kommen wir zum Wax Performance Chart. Das ist eine Übersicht und ein Spinnendiagramm, das ich entworfen habe, mit dem ich die Eigenschaften verschiedener Wachse auf eine für euch möglichst nachvollziehbare und einfache Art und Weise miteinander vergleichen kann. Und das Hard Candy ordnet sich eben da ein, wo ich typischerweise die Allrounder und die Einsteigerwachse sehe. Nein, von der Standzeit her kriegt ihr hier nicht das resistenteste Wachs aller Zeiten, aber das gleicht es durch den unglaublich einfachen und angenehmen Auftrag wieder aus. Wem würde ich also das Hard Candy empfehlen? Vor allem den Einsteigern unter euch, diejenigen, die ein absolut einfaches, narren- und idiotensicheres Wachs suchen. Was bringt es mir, wenn ich euch ein Wachs empfehle, was eine unglaublich lange Standzeit mit sich bringt, dann aber im Auftrag schwierig sein kann, wo ihr dann nachher sagt, um Himmels Willen, wenn jedes Wachs so ist, dann will ich gar nicht mehr erst weitermachen mit der Autopflege. Das wird euch mit dem Hard Candy nicht passieren. Selbst wenn ihr schon lange in der Autopflege dabei seid und viele verschiedene Sachen ausprobiert habt, selbst wenn ihr ein Fan von Keramikversiegelungen seid, werde ich euch versprechen, dass das einfache Auftrageerlebnis, das Finish, der Geruch, etwas in euch hervorrufen wird, was ihr schon lange vergessen hattet, nämlich die Freude und den Spaß an der Autopflege. Rainforest Wrap oder Hard Candy? Ganz ehrlich, ich kann diese Frage nicht für euch entscheiden. Diese beiden Wachse sind sich von ihren Eigenschaften her so dermaßen ähnlich. Entscheidet doch aus dem Bauch heraus oder entscheidet euch auf Basis der Gerüche. Jetzt habe ich viel über den Duft vom Dodo Juice Hard Candy erzählt. Nach was riecht es denn jetzt? Es ist... Es ist ein sehr angenehmer Duft. Es ist ein süßer, es ist ein spritziger. Ich würde es als Zuckerwatten oder Fizzers Geruch bezeichnen. Schreibt uns doch eure Erfahrungen mit diesem Wachs unten in die Kommentare unter dieses Video. Das würde uns sehr interessieren und schaltet zum nächsten Video wieder ein. Servus! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.